Glaube an deine Vision, glaube an dich, an deine Träume und mit diesem Glauben an dich und an deine Träume gehe in Christians Programm. Dort wird dir geholfen, dort wirst du da abgeholt, wo du stehst und dahin gebracht, wo du hin möchtest. Mein Name ist Bodo Ekinger, ich bin Karrierecoach und unterstütze Berufstätige dabei, sich beruflich weiterzuentwickeln, entweder von ihrem Frustjob in ihren Lustjob oder einfach einen Karriere-Schritt weiter nach oben, dass sie einfach glücklich und zufrieden ihr volles Potenzial ausüben können beruflich und in ihre wahre Größe kommen. Ich habe meine Zusammenarbeit mit Christian begonnen, erst mal um die technischen Voraussetzungen Unterstützung zu bekommen, wie ich das machen kann und dann habe ich natürlich gesehen, wie viel mehr möglich ist, in dem Programm sich zu entwickeln, auch persönlich, von der Persönlichkeit zu entwickeln, selber in die volle Größe zu kommen, also nicht nur technisch vorwärts zu schreiten, möglichst schnell auch, ohne mir das selber aneignen zu müssen, sondern mit Unterstützung von ihm, von seinem Team und mich halt auch persönlich weiterzuentwickeln, mich fachlich weiterzuentwickeln, um noch mehr aus meinen Fähigkeiten, aus meinen Potenzialen rauszuholen, als ich ursprünglich gedacht habe. Mein Business war ja erst mal so, dass ein reines 1 zu 1 mit den Kunden stattgefunden hat. Also die kamen immer für drei, vier Sitzungen und da stand ich halt im direkten Wettbewerb mit anderen Business-Karriere-Coaches und da ging es halt darum, ob ich jetzt 80 Euro oder 120 Euro die Stunde verlangen kann und seitdem ich halt in Christians Programm bin, habe ich erst mal gesehen, was ein Premium-Programm für Vorteile für die Kunden bringen kann, was für Möglichkeiten es mit einem Premium-Programm existiert und wie ich mich damit von anderen Karriere-Coaches unterscheiden kann, mich hervorheben kann und diese Entwicklung habe ich gemacht. Also vom 1 zu 1 Coach mit zwei, drei, vier Coaching-Stunden hin zu einem Premium-Programm-Anbieter. Mit dem Christian hat sich ja erst mal mein Business von diesem 1 zu 1 geändert in ein Premium-Business mit einem gesamtheitlichen, also wo viel mehr Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung auch bei der Karriereentwicklung betrachtet werden kann und auch mit dem Skalieren und Automatisieren meines Business, also dass ich mehr erreichen kann, mehr dem Kunden helfen kann, mit weniger Aufwand auch meinerseits und dass ich nicht aktiv unbedingt Kunden suchen muss und Kunden bitten muss, doch meine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sondern dass die Kunden erkennen, was für einen Mehrwert ich ihnen bieten kann und dann die Kunden auf mich zu kommen. Das Ergebnis, was ich erzielt habe, ist halt aus einem monatlichen niedrigen 4-Stellen-Einkommensbereich, also zwischen 2.000 und 3.000 Euro etwa im Monat, zu einem deutlich über 5-stelligen Betrag zwischen 15.000 und 30.000 Euro im Monat zu bekommen. Dafür habe ich diesen Star-Preis bekommen für 5-stelligen Monatsumsatz und da bin ich jetzt momentan noch am Anfang. Der nächste Schritt, das nächste Ziel ist dann der 6-stellige Monatsumsatz und den Weg dorthin habe ich mit Christian beschrieben und den werden wir jetzt zusammen gehen. Also bei den Star-Days oder Consulting-Days nehme ich natürlich in erster Linie viele neue Ideen, viele neue Impulse für mein Business mit, welche nächsten Schritte ich gehen kann, wie ich das Business noch optimieren kann oder vergrößern kann, aber auch vor allen Dingen die Energie, die Energie aus lauter Erfolgspersönlichkeiten, die alle wachsen, wie wir alle in der Gruppe mitwachsen. Das gibt enorme Schubkraft nach vorne und man sieht auch kurzfristig nach solchen Tagen, nach solchen Ereignissen, besonders herausragende Erfolge auch im Business und das motiviert immer, das gibt neue Energie, das gibt neue Kraft, neuen Mut, nochmal einen Schritt weiter zu denken, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und das ist einfach fantastisch. Also das Leben, mein Leben hat sich im Prinzip grundlegend geändert. Also ich war, wie ich in Christians Programm gestartet bin, war ich angestellt in einem großen deutschen Konzern als Manager und Führungskraft, habe dann das Karrierecoaching nebenberuflich aufgebaut und im Grunde haben wir das gesamte Berufsleben auch umgekrempelt. Jetzt bin ich zu 100%ig selbstständig, jetzt bin ich zu 100% Unternehmer, mache nur noch das Karrierecoaching, weil wir es zusammen erreicht haben, dass es so schnell und so groß gewachsen ist, dass ich also damit meine Angestellten-Tätigkeit an den Nagel hängen konnte und das, was ich vorher verdient habe, schon zum Ende, wie ich die Entscheidung getroffen habe, bei diesem Konzern aufzuhören, dass ich das dann schon erreicht habe. Damit hatte ich dann auch schon das fünfstellige Monatseinkommen und in dieser 100% Selbstständigkeit haben wir zusammen vereinbart, welche nächsten Schritte wir gehen können, damit wir das sechsstellige Monatseinkommen, also über die 100.000 Euro Hürde im Monat rüberkommen.